Hello, ich bin's wieder, Erika und arbeite seit 8 Jahren im DM und heute zeige ich euch wieder 5 neue Produkte im DM Sortiment und ich habe schon gesehen, das sind wieder richtig coole Sachen. Wir starten mal heute mit einem Produkt für die Kids Balea Kids Lippenpflege Sweet Butterfly, zarte Lippen, richtig süß. Dann haben wir hier von Invisibobble dieses Heatless Curling Set. Ich kann euch tatsächlich die Preise nicht hinschreiben, weil heute anscheinend wir einen kompletten Systemausfall haben. Ich schätze 14,95. Dann als nächstes von Duschdass, diese Duschpflege in Kokos, Shea Butter. Und zu guter Letzt drei neue Riegel. Hör mal, da habe ich euch sogar sechs neue Produkte gezeigt. Die Firma haben wir noch gar nicht, Fulfill. High Protein, einmal Chocolate Salted Caramel Geschmack. Dann haben wir hier White Chocolate Cookies and Cream und noch einmal Hazelnut Geschmack. Also ich muss sagen, Packaging ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Es sieht sehr ansprechend, sehr lecker.